Ich schau aus wie ein Idiot. Soll ich das jetzt echt machen? Fangen wir jetzt an. München, irgendwie 22. Mai, oder? Siebter Graffiti-Report, es wird mir wieder nicht leicht gemacht. Es ist die Stroke und es schaut so aus, als wären da lauter Helden von der Stroke hier am Arbeiten. Schauen wir mal, was da so läuft, oder? Da achten wir, sorry Jungs, weiter grillen. Fangen wir hier an. Tieren zu ist zur kommerziellen Subkultur heute geschlossen. Nichts gehört von der Subkultur, den Bahnwärter bei Tschöner Toilette von Große von Europa. Haben wir hier, ist doch, was würdest du sagen, ja ganz schön gemacht. Hast du den Ton eigentlich angestellt? Ja. Bei mir? Ja schon. Seit wann läuft denn? Ja, okay. Gut. Ja, macht er hier, hat er den kurdische Freiheitskämpferin. Ist alles schön gemacht, alles solide. Aber an den Zag würde ich echt mal arbeiten. Bitte nehmen Sie mal den Zag rein. Man merkt, der ist nichts von Straße, macht eher Grafikdesign. Dann gehen wir weiter. Hier frisch übermaltes Fanta. Könnt ihr mal kurz aus dem Bild, oder wie auch immer, frisch übermaltes Fanta passt schon. Dann vom FAD, der Enzo, hier lassen wir die mal arbeiten, lassen wir die mal arbeiten. Was heißt das? Becher. Gut, dann habe ich endlich zur Entzifferung Becher, hat Hintergrund geklaut, egal, 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 hat voll Hintergrund geklaut, da steht alles. Mein Ami, sehr gut, ist Hallo von Strog, hallo, 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 hallo. Pfeift in den Wind durch den Kopf, macht er für Strog so Bilder, hat er lieber Hintergrund von Strog, ja, Heidi Klum immer dabei, ist natürlich klar, dass Heidi Klum dabei ist. Hahaha, sehr gut, das war das Strogbild darunter, die haben sich ja nur mit Instagram, wir waren ja dabei, die Instagramers, und jetzt ist es schon wieder kaputt, hat sie, nicht kaputt, ist besser, ist besser, hat mehr Drive. Hallo, 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 gut, gute kleine, gute kleine Strog, Auto, immer Auto, Parkplatz, immer noch belegt, Sporter, Sporter, so lieb. Alle fanden im Bild so geil, alle zeigen, da start, Medizin, ja, ok, jetzt mache ich Medizin weg. Hier, da steht auch, da, schau, da steht Josnardt, aber egal, gehen wir weiter zurück, weil muss man hier einblenden, letztes Bild von Wahoytrain, nur noch weiter, Wahoytrain, war sehr schön, hier, sehr Gottes solide malen, solide malen jetzt hier, Parkplatz, Parkplatz, hier ist immer der Parkplatz, eröffnen Humpen Area, eröffnen Humpen Area, ja, danke für Kontrollschlug, danke für Kontrollschlug, eröffnen Humpen Area, habe ich zugerettet, haben Frauen, Frauen, Malerinnen, haben hier einfach reingezeigt, mit vielen Dossen, Täti kaputt, sehr schön, sehr schön, für die Kurzagademie, oder? Ah, dieser Mann, dieser Mann, sehr schwer Depression, der gegen Depression gibt in Bayern jetzt, von Krankenkasse, von Krankenkasse, der gegen Depression, aber manchmal ist Medizin darauf verwickelt, und jetzt geht die Humpen Area echt los, also, Action, jetzt, also, pfff, SK8, das war heute, das ist zum zweiten Mal alles übersprüht, das ist unglaublich, und vorher war es echt besser, waren coole Characters, da hat das aus dem Aspirator rausgeschaut, ja, mei, das ist schon wieder kaputt gemacht, unglaublich, unglaublich, der gibt es nicht auf der Aris, das ist aber solide Arbeit, fast schon so schön für die Humpen Area, dieser Mann hat etwas Diffus, ist Artifati, ich glaube, kommen von Stroke, kommen von Stroke, aber machen sehr gut, ich glaube, Chill Bill macht sehr gut, ja, mit viel Bier und so, macht locker, dann hier versuchen, ja, und, ja, ganz okay, ganz okay, es herrscht hier überall ein Gestaltungswille, so, und jetzt brechen wir das ab, oder würde ich sagen, und machen noch hinten nach hinten weiter in Zusatz, oder nicht, wir brechen nicht ab, ja, ich sag, Biers hat vergessen Telefonnummer, hat wieder vergessen diese Telefonnummer, hat vergessen, ja, und wir brauchen echt mehr große, legale Wände in München, damit sich die Leute nicht am Sonntagabend alle übermalen, das ist unglaublich, und das hat keiner fotografiert, wir haben hier nur einen Ausschnitt von der Stadt, Leute, wir brauchen mehr legale Wände in der Welthauptstadt der leerstehenden Büropaläste, Klipp, nein, da schau dir das an den Schein, ich hab Autogrammkarte von Banksy, ich hab Autogrammkarte von Banksy noch bekommen, ja, echt, Banksy-Karte von Stroke, wo hab ich Autogrammkarte, hier, Freund von Banksy, Autogrammkarte ist unterschrieben, und wer kaufen wollen, spenden, das ist toll, alle viele Farbe haben. Das ist aber ein Schnitt hier. Was ist denn hier kaputt? Sehr schön, aber jeder braucht einen Freiraum. Mehr Freiraum, nicht nur mehr Wände. Jetzt haben wir es mal wirklich. Du tust einfach echt Sachen an. Du, weitere Retro-Ananas. Es reicht dann wirklich. Willst du tauschen, Mikrofon und Kamera gegen Banksy, Autogrammkarte, bitte nimmst du. Bisschen, man hat gut geblasen, gut geblasen, bist du ein besserer Mensch, gibst du mir Kamera, kriegst du gut geblasen, Karte von Banksy. Ja, Banksy. Boah, Alter, was ist denn hier kaputt? Mir fehlt die Kaserne, wo ich mal so entlang marschiere. Bitte jetzt. Ohhhhh. Es ist unerträglich, diese Musik, dieses weich gespülte Popzeug. Durch die Thorn. Alter. Oh, 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 oh. Ja, ist geil, ey, ja, ist geil. Ich glaube, sein Kumpel regt sich, glaube ich, auch schon auf, oder? Macht er das für uns, oder? Also jetzt wird hart diskutiert, was der abgeht. Beleuchtung. Hat echt schwer Beleuchtung. Hat Beleuchtung. Hat Vorbeleuchtung. Der Iza gibt sicher noch irgendwie Mühe, dass es dann irgendwie nach was aussieht. Ja okay. Ja, weil es herrscht der Gestaltungswille. Aber der andere wäre eigentlich der Beste gewesen. Da kann die Hallogschuhe noch was lernen. Komm. Na ja, dies konnte er nur Ausbruch kaputt. Jetzt gibt es Stilberatung. Jetzt gibt es Stilberatung. Ja, ich würde dann den Schatten nochmal nachziehen. Ich werde doch mal in Kulturen setzen. Ist ja schon alles relativ schwammig wie die Figur von dem Maler. Prost.